Ich danke, Fräulein, holen Sie mich morgen um die gleiche Zeit. Für heute brauch ich Sie nicht mehr. Adieu. Die schönen Rosen hat wie ein Husar gebracht, wie ein Husar, der Leithusar von einem fremden Reisenden. Nein, die sind von Matteo. So ist du mit seinen Blumenruh und trotz dem Ring doch neul jeden Tag. Und das und das andere Bouquet vom Bömmenmeer und der Parfum vom Dominic und Spürzen vom Lauerwald. Die drei verluppen Geld zu dritt, verlieben sich zu dritt als gleiche Männer. Am Ende verloben sie sich abhoch. Alle drei mit dir zerrt siebzeh. Und was wäre, nur ist die Reihe. Die Lass. Die drei sind lustiger. Kannst du das sagen? Er lebt dich doch aus seiner ganzen Seele und aus allem und seinen Kräften. Du hast ihm lebt, der hat ihn recht gehabt. So ist's vorbei. Du sagst es selbst. Du sagst, dass du dich das Aussprechen hörst. Es wäre so tot. Er bieten so tot an dich. Schenke, du hast schon ganz den exaltierten Ton von der Mama. Pass auf auf dich. Es wäre ein Herz und blit. Herr, schenke deinen Seh. Bist du verpflichtig und freundlich? Herr, schenke deinen Seh, du hast schon ganz den exaltierten Ton von der Mama. Wenn mit dir steckt was Gefährliches seit letzter Zeit. Mir scheint Zeit wirst, dass du ein Mädel wirst vor aller Welt. Nun, dass die Maske rote Wind hat, ich treffe nun bis an mein Wind. Ich zeige mich für eine Frau sein, so wie du eine bist. Stolz und kokett und kalt dabei. Wer ist der richtige Nicht für mich? Ich rede im Ernst. Ich rede die Wahrheit jetzt zu dir. Ich kann ja nichts dafür, dass ich so will. Einmal wird mir da schnell nicht sein. Und wie er schnell wüsste schon gar nichts mehr für mich. Und wie er schnell wüsste schon gar nichts mehr für mich. Und wie er schnell wüsste schon gar nichts mehr für mich. Und wie er schnell wüsste schon gar nichts mehr für mich. Aber der nicht über Menschen liebt für mich auf dieser Welt, der wird einmal dastehen, da vor mir, und wird dich anschauen, wie dich weh, und keine zweite Röhne teil, und keine Frage. Aber uns heilig und seelig wird dich sein, ungehört, wie unkommt. Ich weiss nicht, wie du bist, ich weiss nicht, ob du recht hast, dazu hab ich dich, ich bin so weh. Ich will, dass du mir, du krach wirst, die Träume, der verdient, und der will, wenn ich dir anzu, so hat ja den Propheten es gesehen, sie averfüßen, sieh gott, sieh gott, sieh gott, die grüßen, sieh gott, sieh gott, die grüßen, in der Nacht bei den Stuhlen... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020